Ok, da sind wir wieder mit Zelda Theodica, ah, weiter bisschen später, leider eine Minute, achso. Switch muss ja auch gedingst werden, an uns Dings-Seiten. Also, jetzt switch ich gleich zum anderen, weil ich nutze das immer nur um zu schauen wegen Dings. Ah, wegen Dings-Boomster, wegen der Capture-Card, ah, noch kein Bild, das ist halt immer das doofe, bei der Capture-Card, dass wir immer warten müssen. Ich weiß nicht, was es kommt, bei dem Bild, da haben wir es, da haben wir es. Gott, ach, ich sagte, wir hätten schon mal das Video nicht da haben, ok. So, mal schauen wir mal so weiter machen. Wollen wir mal zwei, so viele, krass. Recherche, was? Bekommst du eine Analytics-Suchseite? Was ist das denn? Lol. Das ist ja witzig. Marina Renovation, aber nicht genug Daten. Lol. Witzig. Warum? Ach so, das ist gar kein Stream. Das war von YouTube. Sag mal, warum ist mein Stream nur ein blaues Bild, aber das war von YouTube. Äh. Du den. Okay. Ach ja. Wollen wir es nochmal versuchen? Mit dem Final. Ich glaube, ich kann mir aber noch eine Miasma-Heilung machen. Oha. Drei. Sechs. Sogar zwei. Nice. Noch noch Hyrule-Weizen. Noch Hyrule-Weizen. Oha. Ich witzig was. Dann machen wir uns. Machen wir uns. Was mich interessiert wird. Habe ich die Dinger verkauft von den, äh, wer ist denn die? Gyptos. Ich hoffe nicht, weil wie ich herausgefunden habe, machen die enorm viel Schaden. Aber wahrscheinlich war ich dumm und hab die verkauft, weil die ordentlich Kohle gebraucht haben oder so eine Art. Ich weiß es nicht. Oh Gott. So wissen. Haben wir noch ein Gypto? Kann ich sortieren? Gypto-Knochen sieben. Ja, ich glaub schon. Weil dann hätte ich mehr. Und die haben einfach 25. Krass. Hier haben wir Sonnenflecken in der Nähe. Und die haben einfach 25. Woher sind die Sonnenflecken in der Nähe. Mh, 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 mh. Und dann hat er direkt alles. Mh, 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 mh. was kann man diesmal hin machen? was bist du? oh no, oh no, was bist du? oh gott, was bist du? ok, oh ich kann, kann ich eventuell, ich sage, oh gott, was passiert jetzt? oh, gar nichts, ach wahrscheinlich weil das, ne das ist unter der, ja man sieht die auch gar nicht, sieht man trotzdem nix, ist es überhaupt geändert? ne habe ich nicht, wow, vielleicht deswegen, oh gott, oh gott, ich kann es einfach, ja nee, nee, lalalalalalas, das ist fürchterlich, und hier regnet es, das ist nicht gut, da kann ich nicht, gegen diesen saugenen Stall im Sweddingsberge, ja nicht, wo ist der Stall? auch da, war gleich, bruh, der hatte nur vier, high will rice, was? ne, war da wirklich was gemacht? oh, 2-2 war das, ja ok, ja nice, aber ich habe zu viele Sonnenflecken auf einmal, das war noch ein bisschen, wer high will rice, hattet ihr nicht auch einen weiß? ich meine ja, ich kann einfach das durchlaufen lassen, sind das, sind das die, die ich denke, oh nein, das sind die, KDS-Credits, man kann auch nicht noch eine kleine Überraschung, hier ist da unten noch, hab ich grogsam, ne, ich glaube nicht, so, warte, shop nochmal, also verwirrend, wird auch irgendwo hier, was ist das denn, Sion? match magst du? weiß ich nicht, so viele Sorgen, ach hier, zu finden, Schwert im Leuchttel, verband, aber jetzt, ne, high will rice, dann gucken wir auch Holzpfeile mal mit, brauchen wir, warum sind hier, ist das, ist euer Herd mich an, ähm, ja, nicht aber mal auf irgendwas Speziales, uuuh, witzig, ist ja cool, witzig, 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 wAas? w trUrstig? wAba! okay nice und hey astrid tv bei was was macht die mühwelle mal aus okay dann machen wir uns für wobei die noch mal bim 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 jetzt immer noch ist dann die ganze trägt ok dann mach das mal nee leider nicht also ich versuch es zu entziffern nee ich kann kein bayerisch also nicht wirklich hier ganz nicht gut da ist eine frage auch wahrscheinlich holen wir irgendwas eine frage mal wegen morgen ok was für ende sagst du dann machen wir auch mal ruhig ruhig morgen morgen ist roblox zack also ja morgen morgen sogar zusammen roblox spielen aber leider erst um 21 auf 15 da ich morgen spätschicht habe mit einem high blue reis ernsthaft die haben noch keine high blue reis umgefüllt oder hat mir sowas das nicht auch wenn ich auf meinen oh was ähm machen wir das denn andere leute wollen ja wahrscheinlich auch mit sein ich muss mal überlegen kurz die 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 ähm wo ich meine habe ich meine so was so an nee okay gut 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 ähm Das kannst du mir dann aber privat, bitte schick mir nicht in den Chat. Ah, das ist natürlich selber, oh, okay, ja dann. Die, äh, wo wir, oh, okay, hä, wo ist denn der Laden? Ach, egal, 1, 2 oben, oder? Ja, ich bin dann zu weit oben. So, hey, das ist Hayuroreist. Okay, habt ihr vielleicht irgendwo einen Kochtopf? Oh, der schickt? Ah, okay. Ne, ja, kein Kochtopf. Doch, hier. Hm, komm. Oh, wer gibt's hier noch? Okay. Bim, 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 bim. Dann... Ach, ne, ich wollte noch mal kurz, äh, so Terry. Pfeile kaufen. Ach, da sind die Flüsse Nachrichten. Ah, okay, gut. Ah, okay, gut. Wir probieren jetzt die, der Stall da unten. Mh, bim, 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 bim. Liefbeschreibung gefällig? Nee, brauche ich nicht. Äh, hä, wir sind Terry da. Oh, ich bin nicht überrascht, sich hier zu sehen. Ich möchte kaufen. Hast du? Nee, hast du nicht. Einmal das alles. Und dann einmal das alles. Okay. Bim, 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 bim. Gut. Ach so, ne, ich wollte noch was machen. Ne. Immer kurz. Komm, Stall der Schwillingsberge. Oh, nice. Uh. Gut, dann noch einmal von vorn. Willkommen in unseren Stall. Ja, ich möchte das mal am Bett nähen. Ich bin Marlon. Gott der Pferde. Lieblingsessen, Gemüse, Omelette. Gemüse, Ei, Siegenbutter, Steinsalz, Erd, Stärken. Oh, boah, das war ein Nahesum. Oh, nur noch zwei. Das sind bestimmt die Kritzeleien auch gefallen, nicht wahr? Außer Kritzeleien. Damit entschuldige ich mich. Egal, wie hoffentlich mit Kindern schimpfen, sie machen einfach trotzdem weiter. Ne, ich habe mir die riesigen Abdrücke irgendwo unernehmt. So groß, dass sie von keinem Tier stammen können. Ich staune mich darüber, was für eine Lüne Fantasiekinder haben. Ach so. Hier also. Witzig. Dann geh ich nochmal. Woah. Okay. So, nicht beim Aufprall sterben. Ups. Okay, nice. Was wollte ich eigentlich? Ich will die Öffner benutzen. Ich will den vor allemal nehmen. Ups. Ich will den vor allemal nehmen nutzen. Uh, nice. Getholzpfeile. Hier sind wir noch mit Dings, voll nice. Ja, da kann ich mich nicht sehen. Okay. Das ist nicht mehr verwirrt. Jetzt läuft er wieder seinen eigenen Geist an. Oh, der auch. Cool. Oh, dann greifen die sich jetzt gegenseitig an. Oh, nice. Dann greifen die sich immer gegenseitig an. Hey. Hey, du bist... Dann greifen die sich ein bisschen an. Oops. Da gibt es mir was, was ich haben will. Glaube ich. Nice. Jetzt ist das gut. Nee, noch nicht. Jetzt. Jetzt. Ich will keine... Kein, kein... Kein, kein... Kein, 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 kein Dings. Ich will keine Bomben sein, aber scheinbar doch nicht. Okay. Oops Oh wow Yeah Nice Let's find Gyptos Okay Okay Oh Okay 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 Das haben wir auch gesproken. Wir haben ja aber keine Kinto-Dinger mit Bügel. Na ja, gib du Knochen jetzt. Okay, da ist noch einer. Lass mein Loot einsammeln. Tschüss. 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 Oh mein Gott. Tschüss. 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 Das war's. Mroh. okay wie wir dauerlich wie wir dauerlich die Welt war schon der Dunkelheit geweint doch ein schreckliches Lichtlicht ist ich über sie Ich bin mit Mutter von Feiglingen, denen nichts teurer ist, als ihr alberner Feig. Was heißt? Was ist das denn? Oh, das ist ein Schildkmeckerhaft, Link. Was soll das? Oh, das ist ein Schildkmeckerhaft. 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 Okay. Nice. Wie oft machst du den Kampf noch sobald ich ihn geschafft hab? Haha. Ups. Ah, wir sind auch nicht geschafft. Na, das ist mal, deswegen hatte ich ja letztes Mal auch erst mal bisschen was anderes gemacht im letzten Zelda-Stream. Ein bisschen Abdeckstung. Aber ist Ocarina of Time einfacher? Ja, kann doch jetzt sein. Wenn ich es jetzt schaffe, dann habe ich es ja immer noch nicht geschafft. Wenn ich die Knochen mehr... What? Was? 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 Okay. spin Nice Jetzt werden wir jedes Mal packen Nichts da Weg mit dir 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du doch weg. What? Das ist gar nicht gerechnet. Das ist gar nicht gerechnet. What? Wie kann er das machen, wenn ich es wieder auf dem Boden war? Willst du? Nein, das wollte ich nicht! Oh Gott. Oh Gott. Das ist gut. 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 Ich hätte eh nur noch einen Schlag gebraucht. Okay. Nächste Phase! wo doch es war nicht mehr als ein bloßes vorgeblinken jede faser meines körpers dürstet nach noch gewaltigerer macht ja immer ganz coolen stuff ja 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 Hä, ich hab kein Schild mehr. Tatsache, ich hab kein Schild hin. Ja, ich hab kein Schild. Ich fahre doch gar nicht auf den. Oh wow. Baro muss ich eigentlich den anderen Kampf noch mal machen. So doof. Ich bin wahrscheinlich einfach bei dem. Warum habe ich euch diese Karte angezeigt? Ja, die andere Karte liegt vor dem Untergrund. Ah, der Teleport ist noch da. Lidworten Kaimans. Oh, Oh, oh. Oh, oh. Oh. Das war's. Nach hinten also, okay. Ich brauche das richtige Chiming. Ja, we're still. Ich brauche das. Ich brauche das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, ich brauche gar nicht, warum ich meine Swore-Rüstung an. So ohne Sinn. Oh mein Gott. 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 Was für'n Geräusch! Ganz so sicher, dass er das aber brechen muss. Verdammt. Was ist denn da am Rand? 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 Ja doch. Waren schon, dass ich da noch gesehen habe, was wir machen. Leider, leider. Deswegen leider nur kurz. Waren schon auf Streamen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der da war. Morgen machen wir dann Roblox. Waren schon auf Streamen. Vielen, vielen Dank. Machen wir euch jetzt schon, vielleicht auch egal. Bis dann und tschö tschö. 1 2 3 2 2